Maschinenhof Heinzel, das ökologische Bauunternehmen. Nach über 50 Jahren Berufserfahrung hat sich das steirische Bauunternehmen aus Langenwang mittlerweile als Führer auf dem gesamten Gebiet des Forst- und Güterwegebaus etabliert. Ein Team von 70 Mitarbeitern betreut Kunden aus ganz Österreich, übernimmt aber auch die Leitung für weltweite Projekte, zum Beispiel den Skipistenbau in Sochi in Russland oder den Forststraßenbau in der Ukraine. Neben der Erhaltung verschiedenster Wegenetze liegt der Fokus unter anderem auch auf der Aufschließung und Nutzbarmachung von Wäldern. Als Spezialgebiet hat sich dabei der gezielte Aufbau von Skigebieten, beispielsweise in Verbindung mit einer Beschneiungsanlage, herauskristallisiert. Das umfangreiche Spektrum an Dienstleistungen, gleichzeitig aber auch der enorm professionelle Umgang mit Sonderaufträgen, machen das Unternehmen zu einem leistungsstarken und verlässlichen Partner. Weitere Infos vom Tiefbau bis hin zum Kanal und Leitungsbau finden Sie unter www.maschinenhof.at